Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video rund um die Rauhnächte, die Rauhnachtszeit und die alten keltischen und germanischen Erzählungen, die sich darum ranken. Ich habe dich heute im Wald mitgenommen zu einem ganz besonderen Baum und zwar zur Eibe. Ich weiß nicht, ob du sie gut sehen kannst. Sie hat diese typischen abgeflachten Blätter, also die Nadeln. Und sie ist ein ganz besonderer Baum. Ich habe ihm zu Ehren heute auch ein kleines Lichtlein reingehängt, wie du vielleicht sehen kannst. Diesen Baum mag ich sehr, weil ich spüre hier immer eine besondere Ruhe, wenn ich zur Eibe gehe. Und ich spüre einfach auch die Magie, die in diesem wundervollen Baum auch gespeichert ist. Und das ist die Magie, die in dieser Eibe sich sozusagen zeigt, wenn du zu ihr gehst im Wald, wenn du dich mal an eine Eibe stellst. Die Menschen haben früher gesagt, Eibe, wenn du dich an eine Eibe stellst, werden deine Wünsche wahr. Kannst du ihr deine Wünsche hinzuflüstern? Und sie wird dir helfen, dass sie wahr werden. Die Eibe hat auch ein ganz besonderes, ein magisches Holz. Es wurden früher auch, sagt man, nicht nur Bögen für Pfeil und Bogen aus dem Eibenholz geschnitzt. Es wurde nicht nur zum Bauen verwendet, für Fenster zum Beispiel, weil das Eibenholz so stabil war und so lange gehalten hat. Vielleicht erinnerst du dich auch an die Textpassage von Schneewittchen, wo die Mutter sagt, sie wünscht sich, sie schaut aus dem Fenster. Das ist Winter, hat geschneit und ihr fällt ein, sie sticht sich mit der Nadel in den Finger beim Rausschauen und der Blutstropfen fällt auf, das auf den Schnee, auf dem Fensterbrett. Und sie sagt, sie wünscht sich so gern ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Eibenholz am Fensterrahmen. Das ist das Eibenholz, das im Laufe der Zeit schwarz geworden ist und sehr, sehr lange halt auch dauert, überdauert. Aber vielleicht noch, was wurde noch aus dem Eibenholz, aus dem Ebenholz geschnitzt? Zauberstäbe. Ja, weil, das finde ich so schön, weil das zeigt einfach auch, dass die Menschen sich einfach total bewusst waren der Magie, die in diesem besonderen Baum wohnt. Und vielleicht hast du Lust, dich mal im Wald irgendwo an eine Eibe zu stellen und einfach nur zu spüren, zu atmen und dich zu verbinden. Ja, es gibt jede Menge mystische Erzählungen, magische Erzählungen, auch um die Bäume. Man sagt, es gibt einen Weltenbaum, den Baum Iktrasil. Manche sagen, es ist eine Esche, manche gehen die Meinung ein wenig auseinander. Ja, du kannst dir einfach einen riesigen, großen, dickstämmigen Baum vorstellen. Und dieser Weltenbaum Iktrasil, wenn du dir vorstellst, er hat eine große, große, mächtige Krone, einen dicken, dicken Stamm. Und wenn du aber ins Erdreich hineingehst, sind dort natürlich auch die prächtigen Wurzeln, die sich nach allen Seiten ausdehnen. Und unter diesem Wurzelwerk ist ein Reich, ein ganz besonderes Reich, heute scheint sogar die Sonne, es ist eisekalter, aber es scheint die Sonne. Also, das ist ein Reich, das Reich der dunklen Göttin, das Reich der Göttin Holla. Oder auch Hehl, Hehl ist die schwarze Göttin, die eine Erscheinungsform der großen Urmutter ist. Und die große Urmutter der Kelten wird oft, als die wird oft Frau Holle oder Holla, Göttin Holla bezeichnet. Ja, stell dir vor, unter diesem Weltenbaum Iktrasil ist ein, wie eine Höhle, aber ein riesengroßes Reich. Und dort sitzt Holla, die Göttin, unsere Urmutter, kannst du dir vielleicht vorstellen, am wärmenden Feuer. Und, ja, über diesem Feuer ist ein Kessel an einem Dreibein vielleicht aufgehängt, wie es früher, ja, wie es früher oftmals halt so gewesen ist. Und ich habe mal einen schönen Kessel mitgebracht. Ja, das ist so ähnlich, kannst du dir das vorstellen. Er ist bauchig, wie der Bauch von unserer, ja, von uns Frauen halt auch ist. Ja, manchmal sehen wir es direkt im Außen auch. Wenn wir älter werden, ein bisschen ein paar Pfunde zulegen, dann haben wir so einen schönen, bauchigen, ja, runden Bauch. Und, aber auch, wenn du schlank bist, hast du natürlich in dir so ein Gefäß wie dieser Kessel. Ein Gefäß, aus dem Neues entstehen kann, und zwar deine Gebärmutter. Oder auch den Raum, wenn du deine Gebärmutter nicht hast, aus gesundheitlichen Gründen hast entfernen lassen. Auch dann ist in dir natürlich die Energie dieses wunderschönen Gefäßes deiner Gebärmutter. Und dieser Raum in deinem Bauch, der Raum der großen Mutter, der Gebärmutter, dieser Raum steht für Kreativität, steht für Schöpferkraft, steht dafür, Neues ins Leben zu gebären. Und du kannst dir jetzt vorstellen, dass Holla unter diesem Weltenbaum, unter diesem großen, unter der Weltenesche vielleicht sitzt. Und dass sie in diesem Kessel, der auf dem Feuer steht, dass sie in ihm rührt. Ja, mit einem Kochlöffel, ich habe mal einen mitgebracht. Und dieser, dieses Rühren, dieses Rühren in diesem Kessel, führt dazu, dass alles, was im Kessel gelandet ist, was von oben vielleicht hineingeflossen ist, über die Wurzeln des Weltenbaumes, dass es sich auflöst. Und wenn du magst, schließ einmal deine Augen, atme tief ein und aus. Und stell dir vor, wie jetzt vielleicht du an diesem Weltenbaum stehst, dass du dich vielleicht sogar anlehnst an seinen Stamm, dass du seine, ja, raue Rinde spürst. Und stell dir einmal vor, was du abgeben möchtest, was du nicht mit in das neue Jahr hineingeben möchtest. Vielleicht bestimmte Eigenschaften, die du an dir nicht mehr magst oder noch nie leiden konntest. Vielleicht Groll auf jemand anders, mit dem du Streit hattest, mit dem du innerlich immer noch haderst. Vielleicht sind es auch ganz andere Sachen, die du loslassen möchtest. Vielleicht möchtest du einen Job loslassen, der nicht mehr zu dir passt. Vielleicht möchtest du etwas loslassen in deiner Beziehung. Was auch immer dir nicht gut tut. Und stell dir vor, dass dieses, was du loslassen möchtest, dass dies jetzt hinabfließt über den Stamm und über die Wurzeln dieses Weltenbaumes direkt in den Kessel. Und Holla nimmt ihren Kochwürfel und rührt jetzt alles um. Sie rührt und rührt und alles, was in diesem Kessel ist, löst sich auf in seine Bestandteile. Es zersetzt sich. Ja. Und du stellst dir einfach vor, wie sie rührt und wie das, was du auflösen möchtest, jetzt aufgelöst wird. Und dann gehst du selbst hinab in diese Höhle. Es geht ganz leicht. Und siehst, wie Holla dir einen Schluck anbietet auf diesem Löffel. Für dich, von dem Neuen, was entstanden ist. Und du nimmst einen Schluck. Und spürst, wie das, ja wie dieser, vielleicht ist es ein Zaubertrunk. Oder ein Balsam, ein heilender, ein heilender Tee. Wie dieser Schluck in dir nach und nach seine Wirkung entfaltet. Und wie du Kraft bekommst, wie du Zuversicht, neuen Mut bekommst für alles, was da auf dich wartet, im neuen Jahr, in deinem neuen Leben. Ja, und dann komm langsam wieder hoch. Du stehst wieder an dem Stamm des großen, mächtigen Weltenbaumes. Und kommst jetzt langsam auch wieder zurück in deinen Körper, ganz in deinem Tempo. Die Augen öffnen, nochmal tief durchatmen. Und danke sagen dir, dass du dich auf diese Reise begeben hast und der Göttin Hel oder Holla, der Göttin, der Urmutter, die für dich in ihrem Kessel aufgelöst hat, was du aufgeben wolltest, loslassen wolltest. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit der Transformation und der Einkehr in den Rauhnächten. Und freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und auch die Glocke aktivierst, damit du nichts verpasst und auch ein Like gibst. Alles Liebe für dich und eine wundervolle Rauhnachtszeit wünsche ich dir. Deine Susanne Deine Susanne